Du und ich zusammen. Für immer. Vor 50 Jahren malten sich die Schüler der William-Dawes-Grundschule aus, wie die Zukunft wohl aussehen würde. Heute enthüllen wir das, was sie uns hinterlassen haben. Es ist eine Liste mit Daten. Jede große Katastrophe der letzten 50 Jahre weltweit in genauer Reihenfolge. Die nächste Zahl in der Reihe sagt voraus, dass morgen 81 Menschen bei einem tragischen Unglück sterben werden. Steigen Sie aus dem Zug. Warum? Was ist los? Sehen Sie Ihr Baby und steigen Sie aus. Erste Schätzungen der Behörden gehen von 81 Todesopfern aus. Die Prophezeiung ist wahr geworden. Das ist kein Zufall. Wer darf die Nachricht nicht sehen? Wieso sagt ihr mir nicht, was los ist? Sie waren hier. Wer? Die Flüstermenschen. Diese Zahlen sind eine Warnung. Eine Warnung für uns alle. Dies ist keine Übung. Dies ist eine Notfallradioübertragung. Wir werden so lange wie irgend möglich auf Sendung bleiben. Dies sind eine Notfallradioübertragung. Die Flüge engage Grandbirgrüاض.